Mehrere neue Halo-Spiele werden gerade entwickelt. Nachdem sich 3for3 Industries jetzt in Halo Studios umbenannt hat und man das Herumexperimentieren mit Engine-Möglichkeiten aufgeben will, möchte man sich jetzt auf die neue Generation der Halo-Games fokussieren und nutzt die Unreal Engine 5. Und laut eigenen Angaben sind daher auch gleich mehrere neue Spiele in Entwicklung. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob Halo aus dem Image-Schaden wieder herauskommt, aber was sagt ihr dazu? 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 10.